Hey Leute, hier ist der Chris von Motojesus. Wir freuen uns aufs Motion May Festival in Scharpen. Da sind wir dabei. Sichert euch die Tickets. Motion May in Scharpen. Haut rein. Wir sehen uns. Motojesus. Das ist Bart von Biscuit Park. Und am 25 April, wir kommen zum Maschen May. Maschen May Festival in Scharpen. Und Biscuit Park hat die Gräuner vor dem Set. So, if you're coming to our show, we expect nothing but Walls of Death, Marsh Bits, Crowdsurfing, Dancing, Singin' Along, and havin' a good fuckin' time. So bring your fuckin' dancin' shoes, motherfucker. Because this is Biscuit Park. See you on the Maschen May Festival. Yeah! Biscuit Park. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020